ja hallo herzlich willkommen zurück zu let's play super mario 64 wir gehen jetzt erst mal in das loch und holen uns jetzt erstmal die tarnkappe weil wir die nämlich brauchen um den letzten stern holen zu können im kurs für so holen wir uns auch jetzt gleich die acht roten münzen oh nein ja lauf kriegen wir noch sehr und der nächste kommt gut jetzt haben wir die blaue tarnkappe freigeschaltet ja probieren wir es auch gleich mal aus und jetzt erst mal den letzten die letzte rote münze und den nächsten gar im ständen des schlusses stellen noch mal 33 mittlerweile so jetzt können wir uns auch den letzten stern im kurs von vollen weil wir brauchen dazu nämlich die tarnkappe deswegen haben wir die uns jetzt kurz geholt und da dagegen klatschen durch die türen und wieder hoch so so jetzt geht's los betreten wir zum letzten mal kurs so 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 Jetzt müssen wir wieder hoch und da, in dem blauen Block, wo die Tarnkabel versteckt ist, die brauchen wir jetzt auch. Jetzt müssen wir wieder hoch und da, in dem blauen Block, wo die Tarnkabel ist, die wir jetzt nicht mehr haben. was uns jetzt verfolgen wird genau jetzt ist ihm schwindelig und da ist der letzte stern im kurs von hinter das auge im geheimraum so damit hätten wir also fünf kurse beendet nun gehen wir weiter kurs 6 was war denn kurs sechs war das hier das mit der wüste oder war das kurs 8 das was ich möchte ich aber mal rein ja das war kurs 8 egal da werde ich mich jetzt einfach mal sterben lassen ohne jux und dollerei ohne grund dann war kurs 6 glaube ich muss das hier gewesen sein die grüne giftgrotte so genau klettere offen jetzt ist rücken da ist hier schon diesen grünen block müssen wir die grüne tarnkappe die grüne tarnkappe beischalten die finden wir hier in der grüne tarnkappe so wenn wir uns jetzt erstmal die tarnkappe holen so wo ist nessie wo ist nessie komm nessie bei fuß da halt nein nicht unten drunter so jetzt den kopf rum nein zurück zurück den schenkelnutz noch eigentlich auch holen war jetzt erstmal die tarnkappe freischalten gut so zack 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 hier rum da dann können wir uns auch gleich wieder den nächsten geheimen stern holen so dann werden wir ihn jetzt freischalten wir gehen erstmal hin und drücken mal aufs grüne knöpfchen gut jetzt haben wir die ganzen kappen freigeschaltet die flugkappe tarnkappe und halt diese grüne kappe so sech so jetzt brauchen wir noch zwei die sind nicht hier da war ich doch gar nicht müssen wir da hinten suchen ok die sind hier hinten die waren wenn ich mich nicht Ihre? Müssen die eigentlich hier drin sein, genau? 6... 8... So, nochmal kurz die Taurenkoppel... 35... Zack... 26 Minuten... So, jetzt holen wir uns den ersten Stern... In irgendeine Giftgrotte... So, gehen wir wieder hier lang... Und da lang... So... So... Jetzt fahren wir jetzt den Weg wieder einfach... Egal... Da fahren wir wieder unser schönes Vieh... Und da hin... Und da hin... Und da hin... So... Zack... 36... Gut... Wir sind jetzt also bei kurz 6... Und dann machen wir auch nächstes Mal weiter... In der Giftgrotte holen wir uns die restlichen 5 Sterne... Ich hoffe das Video hat euch wieder gefallen... Und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei... Bis zum nächsten Mal... Bis zum nächsten Mal... Nope... Ja, mit dem... Ich habe einfach jetzt... Ich hatte einen...